Ich habe auch heute zum ersten Mal, was heißt zum ersten Mal, ich habe heute rausgefunden, dass man seinen Twitch-Username ändern kann. Mein Twitch-Account hat nämlich eine rege Vorgeschichte. Früher hieß mein Account einfach nur Yisuanji. Dann, also das war wirklich früher, vor fünf Jahren oder so. Und damals hatte ich noch keine Ahnung von nichts und hatte keine Ahnung von Twitch-Richtlinien und sonst was und habe einen sehr erfolgreichen Chatroulette-Stream auf Twitch veranstaltet. Also ich bin quasi in Chatroulette und hab mich halt da durchgeklickt und hab da Quatsch gemacht. Damals, als mein Stream halt noch irgendwie viele Viewer hatte. Also keine Ahnung, 200 Viewer. Und was ich natürlich nicht bedacht hatte, war, dass Twitch ein Problem mit Nacktheit hat. Was ich auch nicht bedacht hatte, war, dass viele Menschen auf Chatroulette kein Problem mit Nacktheit haben. Dementsprechend gab es da einen kleinen Verstoß gegen die Twitch-Richtlinien und mein Account wurde kurzerhand gesperrt. Hab ihn auch nie wieder zurückbekommen. Dann habe ich mir einen zweiten Account gemacht. Der wurde auch gesperrt. Aus ähnlichen Gründen. Und dann habe ich den dritten Account gemacht. Das ist der jetzt. Und der hieß, bis vor wenigen Stunden hieß er noch Wieso Anji-Stream? Und ich finde diesen Namen ganz furchtbar. Und jetzt habe ich ihn zum ersten Mal geändert. Weil ich herausgefunden habe, dass es geht. Und ich das vorher nicht wusste. Und jetzt finde ich ihn eigentlich ganz okay. So, okay. So, okay.